Hey, Internet und YouTube. Wir gehen weiter Sander bauen und mir geht's heute gar nicht gut. Das hier niemanden, oder? Außer Jeremy, der interessiert sich für mein Wohl. Nee, mir geht's heute absolut nicht gut. Ziemlich Halsweh. Und jetzt beginnen langsam Kopfschmerzen. Finde ich super, wunderbar. Aber das tue ich nicht. Alles. Und spiele trotzdem. Und arbeite. Die Schwitze. Für wen mache ich das? Für wen? Für euch. Und wie dankt ihr es mir? Okay, nee. Ihr dankt es mir. Ich bin auch sehr froh dabei. Hey, war doch noch ein Scherz. YouTube, hey! Shh, 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 shh. Alles wird gut. Was gibt's sonst noch, Venues? Man merkt es gleich. Ich bin nicht so in der Hallodrig-Stimmung, wenn man ein wenig krank ist. Aber gut, was soll man tun? Wie war euer Tag, YouTube? Erzählt mir lieber von eurem Tag. Und was habt ihr heute gemacht? Und anschließend? Was macht ihr noch? Was? Wirklich? Er lügt doch. Das kann niemals. 20 Millionen Euro? Okay, meine PayPal ist die... Ein Quartum-Pro-at-G-Metal-Things-Bombs. Ich bin gerne bereit, eine zu empfangen. Achso, du hast dir schon ein Haus gekauft. Du hast nur noch 18 Millionen. Okay, kann ich nicht... Ja, gut, dann kann man es... Ah, dann geht's nicht. Hey, ich will dich nicht ausnehmen, das tut mir leid. Okay, ähm... Au. Was kommt als nächstes? Jetzt Sand abbauen hier, den ganzen Ding mach ich noch weg. Ich weiß nicht, wo Jeremy ist. Ich glaube, der ist einkaufen. Jetzt wird am Shopping. Mein ganzes Geld gibt aus. Beziehungsweise sind meine ganzen Diamanten. Was, ähm... Ich glaube, ich war nur hinter meinen Diamanten her. Das bewirchte ich. Gesehen, ah... Oh, du hast aber viele Diamanten. Ich hab dich total gern. Ich bin bei dir dein bester Freund. Und ich... Sehe hier... Fünf Diamanten? Se... Sieben? Acht? Ich hab dich schon immer geliebt. Wirklich, Jeremy. Wirklich. Äh... Selbstverständlich. Selbstverständlich! Auch wenn du nur einen Diamanten hättest. Was? Ich meinte... Es kommt auf deine Persönlichkeit drauf an. Das ist doch... So schön gesagt, Jeremy. Gib mir jetzt die Diamanten. Ich muss was einkaufen gehen. Was möchtest du denn kaufen? Schuhe und... Jeremy! Ich dachte, wir hätten darüber geredet. Natürlich, wir haben darüber geredet. Du gibst mir die Diamanten. Ich geh einkaufen. Das ist der Deal. YouTube überreagiere ich. Denn ich glaube, das hat mit Jeremy keinen Sinn mehr. Bin ich? Hätte da andere Ansicht. Julia ist explodiert! Sieht sich? Oh, Moment mal. Oh, was ist, wenn Jeremy damit etwas zu tun hatte? Vielleicht hat er irgendwas erzählt. Ein Quantum Pro, der will dich niemals. Er hasst dich. Sagt er am liebsten, du wärst tot. Und Julia ging zum TNT. Ein Dynamite. Und sprengte sich in die Luft. Hm. Seitdem es Jeremy gibt, gibt es weniger Frauen hier, oder? Okay. Das könnte jetzt so eine Verschwörungstheorie werden. Aber... Vielleicht ist da auch etwas dran. Man weiß es nicht. Wie viel Sand habe ich denn, meine Freunde? Noch so wenig. Aber das ist ein gutes Fleckchen, was ich hier abbaue. Und dann kann ich hier noch etwas gerade machen. Das ist auch alles super duper. Ich finde das gut. Es dauert, aber ohne Fleiß kein Preis. YouTube. Das ist die der Visa. Und ich hoffe, es geht morgen wieder besser. Und dann machen wir wieder happy people. Momentan habe ich noch etwas Aspirin zu Hause. Ja, Maus! Was ist denn? Und dieses Geräusch. Vielleicht ist es dieses Geräusch. Wie ein Tumor in meinen Kopf eindringt. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Dann träume ich schon nachts davon. Ich weiß nicht, wenn du zum Arzt gehst, sagst du Hallo? Ich habe so ein... Tü-Tü-Tü-Tü. Einen Tag höre ich das. Ist das die Maus? Ja, woher wissen sie das? Das Logitech-Syndrom. Schweißgebadet, wachst du auf mitten in der Nacht. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Was? Treiber hat sich neu verbunden. Jetzt kann sich kein Treiber neu verbinden, denn ich bin im IT-Business. Shut up! Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass es ein Traumensammel ist. Im Übrigen hast du etwas schlecht über Windows 8 erwähnt. Und ich möchte nur sagen, dass... Ich hab überhaupt nichts Schlechtes darüber gesagt. Ich komme gut damit klar. Ich habe kein Problem damit. Nein, ich wollte nur sagen, dass der User... Shut up! Okay. Jetzt machen wir einen Stein. Also einen Stein. Natürlich könnte ich das einfach abbauen. Aber es sieht doch nett aus mit den... Illuminatenzeichen hier. Jerry! Machst du shoppen? Hey, es ist ein Quantum Probe, mein bester Freund. Du bist aber einen guten Griff. Jerry! Jerry! Wir schauen auch jüngere. So, okay. Wir wollen das hier nicht ins Detail. So, 64, 64, 64, 64, 64. Bam! Das ist Sand. Okay, ich komme hier durcheinander. Wartet, lässt mich... Ja, Quatsch! Sandstein. Sandstein. Top. Sand, sand, sand. Okay. Geh mir aus den Augen. Mehr von dir, mein Freund. Sand. Sand. Holleri, hollera, hollop. Das ist ein neues Mikrofon. Brauche ich auch. Denn, äh... Oh man, so wenig kommt immer raus. Ich brauche immer zwei Stunden, bis ich hier einen Moment erwische, wo ich es nicht im Hintergrund permanent... Ich hoffe, jetzt ist es nicht da. Oh, jetzt hört ihr genau hin. Jetzt hört ihr irgendwas, oder? Ich weiß es. Ah. Oh no. Sandstein, Sandstein. Sandstein. Wunderbar. Schläfst... Also, es ist schlafen, seit du hast recht, Jerry. Wir gehen schlafen. Was ist... Ist jetzt 1.72 heraus in YouTube? Ich hab... Wie ich Minecraft gestartet habe, hab ich's gesehen. Kann ich einfach updaten? Oh man, ich hasse die Updates in Minecraft. Wie viel Schaufeln hab ich noch? Zu wenig. Du brennst! Ashton, du brennst! Warum sagt dir jeder, ich hab einen guten Griff? Das kommt von der Arbeit. Es steckt die Muskeln. Was ist? Merkmal spaßig. Okay, dann erzähl ich dir einen Witz. Haha, das hat dir gefallen, was? Das war super. Handelte von deiner Ex-Freundin. So. Ah, ich wollte eine Schaufeln. Ähm... Ich hab noch... Eine hab ich noch. Die verbraten wir jetzt noch. Und dann muss ich wieder zurücklaufen. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Wir brennen das hier oben noch ab. Und dann brauche ich auch noch ein wenig Holz. Ja, ja, ist gut. Ist... Denn ich möchte die Kühe hier ein bisschen einfangen. Und hier auch einen kleinen Stall hinbauen. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber hey. Vielleicht hier gleich daneben. Nur sicherheitshalber. Aber wenn wir nicht so lange laufen müssen, um was zum Essen zu bekommen. Und dann nochmal die grundlegenden Züge der Mauer errichten. Und wenn ich es zu groß mache, habe ich ja nicht mal jetzt Platz für eine Reihe. Aber nur mal das... Was schlägt ihr vor? Also hier hinten sollten wir anfangen, oder? Ich kann jetzt hier... Das ist doch alles Mist. Katastrophal werden YouTube. Ich sag's euch. Eine absolute Katastrophe. Aber wir müssen abbauen. Die Reihe mache ich hier noch fertig. Die Ebene. Und dann müssen die Tiere mal dran. Und ich habe noch immer nicht nachgesehen. Wie ich sie zum Paaren bringe. Wie ich Liebe in diese Welt bringe. In dieses Dorf. Vor allem Wetz, wo es nur Ashton. Kutscher, die Bäuerin gibt. Oder wie auch immer sie hieß. Soll sie allein für den Nachwuchs sein? Morgen. Mit mir. Jeremy. Den BGVK. Den Bauer. Der hätte jede Menge zu tun. Das wird ganz schön anstrengend. Und wer macht den ersten Schritt? Okay. Ich sollte vielleicht dann doch... Diese komischen Häuser waren. Hauptsache sie tun es. Da hat man dann mehr Arbeiter. Das ist doch auch schon ein Hit, oder? Sag dich die Ebene. Aber nicht mehr in diesem Part, oder? Mama Mia. Ich muss mir sowieso jetzt ein paar Tabletten reinziehen. Und ich wünsche mir eine gute Besserung. Dankeschön. Bitte. Morgen geht es dann wieder wie gewohnt. Aller frische. Ich hoffe, wenn es mir besser geht, weiter. Kennt ihr das YouTube los? Immer happy sein. Jeden Tag die Aufnahme. Absolut lustig. Aber hey. Das wäre ja kein Problem. Wenn der Hals und der Kopf mitmachen würde. Okay. Wir haben gut abgebaut. Naja. Hat sich gar nichts. Aber warum baue ich es nicht einfach auf Sand? Man merkt doch eh keinen Unterschied. Shut up, Moth. Auf jeden Fall habe ich hier... Aber hier könnte ich auch mehrere dieser kleinen Häuser. Weil das... Baue ich doch aus, oder? Das ist wieder mein Schloss. Dann kann ich hier noch ein paar Häuser. Und hier in der Mitte... Hier in der Mitte... Oh, hier in der Mitte... Stelle ich... Das ganze Kuh gedänzt auf. Die Farm. Ja, hier in der Mitte... Ja, 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 genau. Hier in der Mitte ist das... Und auch der Shopping. Der Marktplatz. YouTube. Wo kommt das Gehirn her? Sowas. Das müssen wir noch ein bisschen ausbauen, oder? Kann ich hier noch was anpflanzen? Das eignet sich gut, um hier noch ein paar Häuser hinzustellen. Jupp. So, genau, genau. Das ist eine... Das ist doch eine hervorragende... Was? Ihr sagt nein? Doch! Natürlich, YouTube. Das ist eine hervorragende... Exzellente Idee. Oh, das werden wir hier verbreitern mit dir. So sieht es nämlich aus. Ach, das ist... Stein! Natürlich, ist ja auch überhaupt kein Problem. Genau, ich würde das hier größer machen. Genau! Ey, ich habe einen Plan, YouTube. Ich würde das hier aber noch größer machen und andere Dinge pflanzen. Ja, da steht hier der Mund offen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das hier verbreitern. Vielleicht dann noch größer. Hier ein paar Häuser. Und dann sehe ich rundherum die Mauer. Ist das ein Plan, YouTube? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut! Tschüss!